Ethereum's Hardfork London startet heute und Bitcoin SV erleidet einen 51% Angriff. Das sind unter anderem die Themen, die wir uns jetzt ansehen werden. Lass noch fix einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Starten wir direkt mit dem allerersten Thema rein. Hierbei geht es um EP1559 und vor allem um den Hardfork London, der das natürlich beinhalten wird. Wir sehen uns einmal die allerwichtigsten Informationen rund um das Thema an. Heute bei dem Block 12.965.000 findet der sogenannte Hardfork London statt. Dadurch werden einige interessante Verbesserungsverschläge mit implementiert, sogenannte Ethereum Improvement Proposals, also EEPs. Vor allem der wichtigste dabei ist EP1559, denn dabei wird nicht nur die Gebührenpolitik verändert, sondern auch ein deflationärer Mechanismus wird mit eingebaut. Das heißt also, die Umlaufmenge wird in Zukunft deutlich reduziert. Vor allem mit der Zeit wird das immer interessanter und dadurch ergeben sich einige Chancen. Also die Frage ist erstmal, was passiert als allererstes? Wir sehen erst einmal, dass eine Grundgebühr eingeführt wird. Aktuell ist es so, und das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, wenn ihr im DeFi oder auch allgemein im ETH-Kontext irgendwie unterwegs wart und Transaktionen verschicken wolltet. Teilweise waren die Gebühren so hoch, dass es kaum Sinn gemacht hat, also diese Transaktionen zu verschicken. Und wirklich Alternativen gab es auch nicht. Das heißt also, man musste entweder extrem viel Kapital bereitstellen, um überhaupt eine Transaktion durchführen lassen zu können, oder natürlich sehr viel Zeit mitbringen, was natürlich der ganzen Krypto-Geschichte komplett widerspricht. Deswegen haben sich die meisten eher dazu entschieden, entweder wirklich diese unglaublich hohen Transaktionsgebühren zu zahlen oder einfach zu warten und diese Transaktionen nicht loszuschicken. Mit EEP 1559 verändert sich das Ganze komplett. Denn durch das Update wird also eine algorithmisch festgelegte Grundgebühr festgelegt, die sich der Netzwerkeauslastung anpasst. Das wird in dem Fall natürlich einige Auswirkungen auf den Preis haben. Zum Beispiel glaubt die Kryptobörse Gimini, dass wir dadurch die Transaktionskosten um knapp 90% senken können. Das wäre extrem gut und würde natürlich auch bedeuten, dass sich jeder wieder die Transaktionen leisten kann. Parallel dazu gibt es eben auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Trinkgeld mit rauszugeben, um also die Anreize für schnellere Verarbeitungen zu erhöhen. Das Ganze wird außerdem in der Zukunft daran gekoppelt, dass auch die Blockgröße angepasst wird. Aktuell haben wir eine Obergrenze der Blockgröße von 12,5 Millionen Gaseinheiten. Und das wird sich dann auf 25 Millionen verdoppeln. Außerdem wird eine Auslastung von 50% hier angepeilt. Das wäre das Maximum der bisherigen Blockgröße, also knapp 12,5 Millionen Gaseinheiten, die also in Zukunft zusammengepackt werden können. Und so möchte man also in Zukunft anpassen, dass eben auch die Grundgebühren nicht unbedingt extrem ansteigen, sondern dass diese eben so niedrig wie möglich bleiben. Außerdem gibt es in Zukunft das ganze Thema deflationäre Mechanismen. Heißt also, in Zukunft werden eben mit jeder Transaktion auch ETH verbrannt. Das ist ein extrem wichtiger Mechanismus, um in Zukunft die ETH-Umlaufmenge immer weiter runter zu reduzieren. Wenn wir ein geringeres Angebot über die Zeit haben, auf der anderen Seite aber eine gleichbleibende oder steigende Nachfrage, dann wird sich das langfristig auch auf den Preis auswirken. Außerdem leitet das Update auch den langsamen Abschied von den Minern ein, denn wir wissen, dass die Umstellung des Konsensverfahrens von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake bevorsteht. ETH 2.0 wird eben immer relevanter und wird eben auch in Zukunft kommen. Und da werden Miner dann natürlich gar keine Aktien mehr dran haben. Wir werden also im Laufe des Tages die Umstellung sehen und damit langfristig gesehen einige Veränderungen im ETH-Kontext beobachten dürfen. Viele, die sich nun mit dem Thema beschäftigt haben, gehen davon aus, dass eine sehr, sehr starke Preisexplosion bevorsteht durch diese Änderungen, die ja nachvollziehbar sind, aus meiner Sicht aber einiges an Zeit noch brauchen. Durch dieses Update ist aber erstmal der ETH-Preis um knapp 7% nach oben geschossen und ich bin gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit so verändern wird. Was erwartet ihr durch EP1559? Wird das Ganze genauso funktionieren, wie es geplant wurde? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du dich grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltest du unbedingt die ersten beiden Links auschecken, denn zum einen ist das absolute Bitcoin-Kryptopflichtlektüre, aber auch eines der besten Hardware-Wallets, die man sich aktuell organisieren kann. Sehen wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es um Ripples XRP beziehungsweise vielmehr um Ripple Labs, denn die Richterin Netburn hat nun den Zugriff auf kritische Binance-Dokumente erlaubt. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Streit zwischen Ripple Labs und der SEC ist immer noch akut und aktuell. Es geht um einen nicht registrierten Wertpapierverkauf im Wert von 1,38 Milliarden US-Dollar und die SEC hat deswegen Klage erhoben. Nun scheint sich das Blatt aber immer weiter zu verändern, denn Garlinghouse spricht darüber, dass die 357 Millionen XRP an öffentliche Investoren auf dem Markt verkauft wurden und damit eben auch weltweit auf verschiedenen Trading-Plattformen angeboten wurden. Damit haben sie also nicht nur im Inland gehandelt und damit wäre auch der Verstoß gegen Abschnitt 5 des Security Acts von 1933 nicht mehr gegeben. Das ist die Ansicht von Garlinghouse und man versucht natürlich hier die bestmöglichen Dinge einzubeziehen, um also diesen Prozess zu gewinnen und das Ganze vor allem für alle zukünftigen Klagen hier ordentlich in die Reihe zu rücken. Das Spannende daran ist, dass scheinbar Netburn diesem ganzen Entwurf bzw. den Forderungen nun standgegeben hat. Das heißt also, dass sie dann in Zukunft auf die Unterlagen von Binance auf den Cayman Islands zugreifen dürfen und darin heißt es wie folgt, Herr Garlinghouse beantragt die Offenlegung im Ausland auf der Grundlage seiner gutgläubigen Überzeugung, dass das aufgeführte Unternehmen einzigartige Dokumente und Informationen in Bezug auf diesen Fall besitzt und insbesondere in Bezug auf den Prozess durch den Transaktionen in XRP angeblich von Herrn Garlinghouse auf ausländischen Transaktions- oder Trading-Plattformen für digitale Vermögenswerte durchgeführt wurden. Ich bin sehr gespannt, was in diesen Dokumenten steht, ob sie tatsächlich Ripple Labs unterstützen werden und vor allem die Klage immer weiter abweisen werden. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnten wir im besten Fall im Laufe des Jahres noch einen Richterspruch sehen, vielleicht sogar die Klageabweisung, die Ripple Labs natürlich in eine unglaublich günstige Position bringen würde. Wir sehen ja, dass Ripple Labs sowieso daran arbeitet, weitere internationale Partnerschaften aufzubauen, dadurch also nicht mehr diese starke Abhängigkeit zur USA aufweisen und deswegen dieser Richterspruch eben auch Auswirkungen auf die Situation von Ripple Labs und XRP sicherlich haben wird, aber nicht kriegsentscheidend ist, auch wenn das natürlich ein super großer Markt ist, der eine Menge Potenzial hat und spätestens dann, wenn eben auch die großen Partner wieder mit Ripple Labs hier zusammenarbeiten in den USA, gibt es hier sicherlich nochmal einige sehr interessante Entwicklungen, gerade wenn eben auch ODL und Ähnliches benutzt wird. Ich bin extrem optimistisch, dass Ripple Labs das Potenzial hat, diese Klage zu gewinnen. Sie bringen sich immer in eine bessere Position als die SEC, sie haben die richtigen Ideen, haben richtig gute Anwälte, die scheinbar die Interessen wirklich auch vertreten und in dem Fall eben auch versuchen, den ein oder anderen interessanten Schritt hier zu gehen, den die SEC scheinbar nicht bedacht hat und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir werden wohl frühestens im Oktober wirklich auch nochmal das Verfahren vor der Richterin mitverfolgen dürfen und ich bin sehr gespannt, wie das dann ablaufen wird. Sehen wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es um Bitcoin SV, denn hier gab es einen 51% Angriff und damit könnte BSV am Ende sein. Bei einem 51% Angriff handelt es sich darum, dass Miner die höchstmögliche Hashrate zusammenorganisiert haben beziehungsweise in dem Fall 51% der Hashrate zusammenbekommen haben. Dadurch konnten sie also das Netzwerk angreifen und zum Beispiel Double Spending betreiben, um sich zu bereichern. Das Ganze hat auf der anderen Seite natürlich auch Konsequenzen und der Produktmanager von Coinmetrics, Luca Nozzi, hat sich nun dazu geäußert, sagte dazu, dass nach dem gestrigen Angriffsversuch auch heute wieder einer stattgefunden hat, es wurde eine ernsthafte Hashing-Power entfesselt und zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als hätte es 14 erfolgreiche Block-Reorganisationen gegeben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auf BSV auswirken wird. Was wir sehen ist, dass der Preis zum einen schon mal fällt, auf der anderen Seite gibt es aber eine sogenannte anhaltende Reorganisation. Das heißt also, die Bitcoin Association empfiehlt nun, dass die Notbetreiber die betrügerischen Ketten als ungültig markieren. Dadurch wird quasi der Knoten sofort in die von ehrlichen Meinern unterstützten Ketten zurückgeführt und die Ketten des Angreifers werden dann in dem Fall gesperrt. Ich bin hier sehr interessiert daran, wie es weitergeht, ob die Angreifer es hinbekommen, das Double Spending durchzuführen, sich daran zu bereichern oder eben auch nicht. Ob das dann vielleicht abgewehrt werden kann, aber man sieht hier die Gefahren kleinerer Kryptowährungen mit sehr, sehr wenig Hashrate, denn dadurch ist das ganze Netz natürlich extrem unsicher und kann angegriffen werden. Im Bitcoin-Kontext ist es auf der anderen Seite aber wieder unmöglich, da wir viel zu viele verschiedene Unternehmen mit sehr viel Mining-Power haben, die also die Hashrate stellen und dadurch ist ein 51%-Angriff quasi möglich, aber auf der anderen Seite wiederum unmöglich, dadurch, dass einfach super viel Kapital dafür aufgebracht werden müsste, um das überhaupt zu bewerkstelligen und dann kann es vielleicht sogar noch vereitelt werden. Dennoch solltet ihr in dem Kontext einfach auch vorsichtig sein. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig unter einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!